Wir suchen die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Diese Differentialgleichung ist dieser Art, denn sie ist linear und das von y unabhängige Glied ist das Produkt einer Exponentialfunktion und eines Polynoms in x. Also dürfen wir diese Methode anwenden. Wir beginnen also mit der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung. Dazu sollen wir zuerst die charakteristische Gleichung schreiben und die ist natürlich z hoch 2 plus 1 mal z hoch 0 gleich 0, also so. Also diese charakteristische Gleichung schreiben wir noch in dieser Form, damit wir sofort erkennen, dass minus i Nullstelle mit Vielfältigkeit 1 ist und dass i Nullstelle mit Vielfältigkeit ebenfalls 1 ist. Somit können wir also diese Formel hier anwenden und finden so, dass die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung sich so schreibt. Man schreibt e hoch die Nullstelle minus i mal x mal ein Polynom 1 minus 1 den Grades, also ein Polynom 0 den Grades, das heißt eine Konstante, die wir hier c1 nennen. Plus e hoch diese zweite Nullstelle i mal x mal ein Polynom 1 minus 1 den Grades, das heißt noch eine Konstante, diese nennen wir hier c2. Somit haben wir die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schon gefunden. Die Wissenschaftler schreiben diese Lösung aber gerne in eine andere Form, da e hoch i mal x dasselbe ist wie Cosinus von x plus i mal Sinus von x Im trigonometrischen Kreis erkennen wir sofort, dass der Cosinus von minus x dasselbe ist wie der Cosinus von x und dass der Sinus von minus x dasselbe ist wie Minus Sinus von x, also so. Wenn wir hier die Zahl c1 auf diese Klammer verteilen und hier die Zahl c2 auf diese Klammer verteilen und anschließend Cosinus von x aus Klammern sowie aus Sinus von x, so erhalten wir diese allgemeine Lösung der homogenen Gleichung. Hier steht eine beliebige Konstante mal Cosinus von x plus eine beliebige Konstante mal Sinus von x. Diese zwei beliebigen Konstanten nennen wir c1 Sternchen und c2 Sternchen. Also schreibt sich die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung in dieser Form. Wir werden diese Form jetzt hier übertragen, dort festhalten und benennen die zwei Konstanten neu mit c1 und c2. Somit haben wir die allgemeine Lösung gefunden und können jetzt noch eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung bestimmen. Und das durch diese Form. Eine partikuläre Lösung schreibt sich also in diese Form. Dieses e hoch 2x wurde einfach von da abgeschrieben. Hier haben wir ein Polynom p Sternchen in x ersten Grades, weil dieses angegebene Polynom ebenfalls ersten Grades ist. Und der Exponent von x ist 0, das ist die Vielfältigkeit von dieser 2 als Nullstelle der charakteristischen Gleichung. Aber die 2 ist gar keine Nullstelle der charakteristischen Gleichung. Die zwei Nullstellen sind minus i und i. Da 2 also keine Nullstelle ist, ist die Vielfältigkeit von 2 als Nullstelle 0. Deshalb haben wir also diese partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Sie schreibt sich 1 mal ein Polynom ersten Grades, also a mal x plus b mal e hoch 2x, also so. Jetzt brauchen wir nur noch die numerischen Werte von a und b herauszufinden. Um die zu finden, drücken wir einfach aus, dass dieses yp Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung ist. Also so. Hier werden wir yp ersetzen durch dieses Produkt. Und dann brauchen wir noch die zweite Ableitung von diesem Produkt. Also berechnen wir zuerst die erste Ableitung. Das ist die Ableitung von dem Produkt. f mal g' Das ist f' mal g plus f mal g'. Hier können wir noch e hoch 2x ausklammern. Und somit erhalten wir die erste Ableitung von yp. Wir brauchen die zweite, also leiten wir die erste Ableitung nochmal ab, wieder durch die Ableitungsformel von einem Produkt. Und so finden wir als Ableitung diese Funktion. Hier können wir wieder e hoch 2x ausklammern. Und das Ganze faktorisiert sich dann in dieser Form. Also können wir hier yp durch dieses Produkt ersetzen und die zweite Ableitung von yp durch dieses Produkt ersetzen. Und somit erhalten wir diese Gleichung, die wir noch durch e hoch 2x kürzen können. Also so. Dieses Polynom hier links, Polynom in x, können wir noch etwas einfacher schreiben. Und so sehen wir deutlich die Gleichheit von zwei Polynomen. Zwei Polynome können aber nur dann gleich sein, wenn die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen gleich sind. Das bedeutet, die Vorzahl von x hoch 1 links vom Istzeichen, das heißt 5a, muss gleich sein zur Vorzahl von x hoch 1 rechts vom Istzeichen, das heißt 1. Daraus schließen wir, dass 5a gleich 1 sein muss. Und der unabhängige Term vom Polynom links vom Istzeichen muss gleich sein zum unabhängigen Term rechts vom Istzeichen. Und rechts vom Istzeichen lesen wir als Polynom x plus 0. Also muss 4a plus 5b gleich diese 0 sein. Und somit stoßen wir auf dieses kleine Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und den zwei Unbekannten a und b. Die erste Gleichung liefert sofort als Wert für a ein Fünftel. Und wenn wir in der zweiten Gleichung a durch ein Fünftel ersetzen, dann finden wir sofort für b minus 4 fünfundzwanzigsten. Also dürfen wir in yp von x a durch ein Fünftel ersetzen und b durch minus 4 fünfundzwanzigsten ersetzen. Somit finden wir als yp von x dieses Produkt. Produkt, das wir sofort hier festhalten. Und jetzt sind wir fast am Ende der Übung angelangt. Denn die allgemeine Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung schreibt sich als Summe der allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung und einer partikulären Lösung der nicht-homogenen Gleichung. Deshalb ist die allgemeine Lösung von dieser Differentialgleichung gleich zu dieser Summe. Und die Übung ist beendet.